Es ist ruhig geworden im Marktredwitzer Ortsteil Wölzauer Hammer. Seit das Wirtshaus vor anderthalb Jahren dichtgemacht hat, fehlt der Treffpunkt im Dorf. Deshalb haben sich die Hammerner vorgenommen, wir retten unser Wirtshaus. Und das tun sie auch. Seit Wochen wird in dem alten Haus gewerkelt. Der Kühlschrank kommt da rein, neben dem tiefkühlen Kühlschrank. Gerade kommt die neue Küche. Viele aus dem Dorf helfen mit. Auch Jürgen Bayer, er gehört zum langjährigen Stammtisch, der ist seit der Schließung heimatlos. Unser Dorf ist nicht das schönste Dorf, aber was nützt das schönste Dorf mit den schönsten Häusern, mit den reichsten Leuten, weil man keine Kneipe hat. Eine Kneipe gehört zu einem Dorf und das wertet das dann auch auf. Und das sehen viele in Wölzauer Hammer so. Im Frühjahr 2023 wird die Idee geboren, eine Bürgergenossenschaft zu gründen, um das Wirtshaus zu retten. Jeder Interessierte kann Anteile von jeweils 500 Euro erwerben und so mit Eigentümer werden. ... Genossenschaftsgründungen in dem Bereich so. Der Wille der Mitglieder... Deswegen sind wir da. Wir wollen ja das haben und erhalten. Und deswegen tun wir ja schon was dafür. Mindestens mit einem Anteil, vielleicht auch mehr, müssen wir mal schauen. Es war für uns, auch für meine Freundin selbstverständlich, dass wir uns damit engagieren. Ja, das macht einfach so eine Dorfgemeinschaft aus und die ist hier in Wölzer Hammer sehr intakt. Es gibt sehr viele Vereine und die brauchen einfach einen Treffpunkt. Wolf-Dieter von Trotter vom Genossenschaftsverband Bayern erklärt, wie das Projekt funktioniert und hört sich die Ideen der Dorfgemeinschaft an. Jede Genossenschaft ist ein wirtschaftliches Unternehmen und lebt vom Umsatz. Und das ist auch bei der Wirtschaft so. Das muss genutzt werden und wenn, wie hier wohl im Sommer, der Biergarten floriert, dann sind das eigentlich gute Vorzeichen. 160 Anteile sind bis heute verkauft. Das sind 80.000 Euro, um das Wirtshaus wieder auf Vordermann zu bringen. Das Amt für ländliche Entwicklung fördert die Pläne mit bis zu 110.000 Euro. Auch die Stadtmark Trettwitz hilft mit. Sie hat das Gebäude gekauft und verpachtet jetzt das Wirtshaus an die Genossenschaft weiter. Seit November laufen die Um- und Ausbauarbeiten, jetzt ist das meiste geschafft. Viele Genossenschaftsmitglieder packen mit an. Weil ich Rentner bin, weil ich Zeit habe und weil ich genossen bin und in der Feuerwehr. Viele Hände schaffen viel. Das ist das Schöne, wenn du da miteinander was gemacht hast, und bist dann fertig und sie hat wieder was geleistet. Elektronik, Sanitäranlagen und Türen, alles wird neu gemacht. Dass sie es schaffen, das alte Wirtshaus tatsächlich auf Vordermann zu bringen, daran hat es so manche in den vergangenen Wochen immer mal wieder gezweifelt. Viele Probleme waren versteckt. Erst, wie wir sie entkernt haben, wie wir mal eine Wand geöffnet haben, haben wir festgestellt, wir brauchen eine neue Wasserleitung, wir brauchen da eine neue Stromleitung. Hier ist das Abwasserrohr defekt, es muss ausgetauscht werden. Das waren alles so Sachen, die das endlich ziemlich kompliziert gemacht haben. Den Anbau wollen die Genossenschaftsmitglieder noch im Frühjahr abreißen. Den Platz brauchen sie dringend. Hier soll nämlich der neue Biergarten hin. Das muss wirklich so finanziert und so gebaut werden, dass es auch zum Gebäude und auch in die Landschaft passt. Man kann nicht einfach in einem Wohngebiet irgendwas hinstellen, wenn ihr passt. Das funktioniert ja nicht sonst. Aber auch ein wenig, dass die Leute ein wenig kommen oder die Umgebung, dass das auch ein wenig ein Gesicht hat, das ganze Zeug. Die Wirtsstube kann endlich wieder eingeräumt werden. Das übernehmen die Männer vom Stammtisch. Im April soll die Kneipe offiziell wieder eröffnet werden, doch die Männer machen es sich jetzt schon in ihrer alten neuen Heimat gemütlich. Und sie bereiten sich auf ein großes Jubiläum vor. Denn der Stammtisch feiert in diesem Jahr 50-Jähriges. und er folgt die Möckels. Und unter dem den Unfall 슬럼. Und sie werden auch in der Mitte der Beacke, die Möckelstein 15-Jährigen, oder bei der Möckel, 50-Jährigen, die Möckelstein 17-Jährigen,